Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial und heute, ja, wie das Ganze schon sagt, so drei Sachen, die man einfach nicht kannte von der Schalenfunktion, für was hier eigentlich alles noch sinnvoll ist zu verwenden und was man damit alles sehr einfach machen kann. Okay, dafür lasst uns mal starten. Wir erstellen hier einfach mal einen Quader und den können wir jetzt hier einfach mal aufziehen, wie wir den hätten. Sagen wir mal so um die 60 auf 100. Wir legen das Ganze mit OK und ziehen den halt dann noch so um die 60 in die Höhe und dann sagen wir, passen wir. So, dann kennt ihr jeder diese tollen Werkstattboxen, wo man Sachen reinmachen kann. Hatte ich mal im Video gezeigt, wie man das Ganze machen kann. Wir machen jetzt hier einfach mal kurz eine Skizze drauf und schmeißen hier einfach mal schräg eine Linie, dass wir so ein bisschen leicht das ganze Aussehen hinkriegen davon. Und sagen hier Skizze Fertigstellen. Dann sagen wir, den Körper wollen wir teilen und das Teilungswerkzeug ist hier unsere Linie. Und wir sehen, dass Fusion automatisch uns an dieser Linie teilt und wir könnten das jetzt auch zum Beispiel die Erweiterung ausmachen. Das heißt, Fusion würde es nur noch so weit teilen, wie weit wir unsere Linie gezeichnet haben. Das ist ja in diesem Fall in Ordnung. Sagen wir OK, gehen wir hoch und blenden den geteilten Körper aus. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Trick, den ich euch zeigen wollte mit der Schale. Und das heißt, wir können nicht damit nur, ja, wenn wir hier draufdrücken und sagen, ja, macht zwei Millimeter Schale, macht er uns ja hier zwei Millimeter Schale. Und ja, dafür ist die Funktion ja gedacht, aber die kann noch vieles mehr. Jetzt lasst uns das mal nochmal löschen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen und sagen, wir wollen eine Schalenfunktion haben und wählen jetzt aber nicht nur eine Fläche aushalten. Also ich habe jetzt gerade hier ein Apple vor mir. Ich sage jetzt Command. Wähle noch ein zweiter aus. Ich glaube, bei Windows ist das Shift. Müsst ihr mal kurz schauen. Und wir sagen jetzt hier 5 Millimeter oder sagen wir mal 2 Millimeter hier, wie wir es vorhin hatten. Und wir sehen, dass er die markierten Flächen wegnimmt und sozusagen unsere Schale öffnet. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Command gedrückt halte und hier hinten was auswähle, dann würde er auch hier einfach alles soweit offen lassen. Das heißt, man kann jetzt in diesem Fall dann einfach ein U-Profil machen und dann die Wandstärke einfach mit der Schalenfunktion sehr einfach und ohne viel Aufwand bestimmen. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass man im Nachhinein schnell was ändern kann, wenn man was gemacht hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf die Schalenfunktionen unten reingehen und dann sagen wir, okay, wähle mal die vier Flächen bitte nochmal aus. Und wir sagen, wir wollen nur die beiden hier haben. Und sagen, okay, dann haben wir das hier sehr zügig und auch die Dicke ist sehr schnell geändert. Und sagen, es soll anders dick sein. Dann können wir einfach hier nochmal drauf gehen und uns hier unsere drei Millimeter eintragen. Ja, das ist so der erste Trick mit der Schalenfunktion. Der zweite Trick soll sagen, man kann Oberflächen übernehmen. Das heißt, ich zeige euch einfach am besten, was das heißt. Wir machen jetzt hier einfach mal wieder eine Skizze. Ja, nehmen wir uns einfach wieder diese Ebene hier und ziehen uns hier auf Erstellen. Polygone, Polygone außen zum Beispiel. Hier einfach mal ein Polygone auf. So, und dieses Polygone wollen wir erheben zu einem Punkt. Wir sagen, dass wir Skizze fertigstellen. Um eine Erhebung zu machen, holen wir uns eine Versatzskizze rein. Wir heben das Ganze vielleicht mal hier um die 100. Aha, wenn ihr das Ganze sehen wollt, konstruieren, Versatzebenen, Mittelflächen, Tangentialebenen, da habe ich ein Video drüber gemacht. Also könnt ihr einfach mal reinklicken und mal reinschmeißen und mal drunterschreiben, wie ihr das fandet. Genau. So, jetzt machen wir hier einfach eine Skizze oben drüber, über W. Hier wählen wir die Funktion Punkt an und setzen hier in der Mitte den Punkt rein. Dann können wir auch Skizze fertigstellen schon wieder sagen. Und dann gehen wir auf Erstellen, Erhebung. So, Erhebung ist eine Funktion, naja, damit kann man sozusagen zwei Formen matchen. Wir wollen jetzt zum Beispiel das Hexagon auf dem Punkt matchen und er verbindet uns die beiden hier. Okay, soweit, so gut. Wir bestätigen das Ganze mit OK. Und dann müssen wir das Ganze nochmal bearbeiten. So, dafür erstellen wir jetzt hier einfach mal eine Skizze drauf, drücken P für eine Projektion und schnappen uns den oberen Punkt des Hexagons. Und jetzt sehen wir, ist das schon ziemlich weit weg. Also es ist leider nicht da, wo es sein sollte. Hm, gut, das müssten wir dann nochmal ändern. Das heißt, wir sagen Skizze fertigstellen und löschen die Skizze nochmal. So. Wir möchten also gerne eine Fläche haben, die dazwischen liegt. Und das kriegen wir am einfachsten hin, indem wir einfach, wie machen wir das jetzt, setzen wir uns einfach mal auf Konstruktion. Oder wir machen das jetzt einfach hier mit Verschieben. Das heißt, wir schnappen uns einfach mal kurz den ersten Körper und setzen ihn erstmal ein bisschen weiter weg, da wo er uns nicht stört. Und wir machen nochmal eine Verschieben-Funktion und sagen hier Point-to-Point. Und wir wollen dann gerne diesen Körper verschieben. Und der Ursprungspunkt ist jetzt hier der Mittelpunkt. Und der Zielpunkt ist hier der Punkt. So. Optimal sagen wir hier OK und dann haben wir eine perfekte Mittelebene. So. Da stellen wir jetzt mal ganz kurz wieder unsere Skizze drauf. Dann drücken wir nochmal P für Projektion. Drücken auf OK. Das ganze Thema Projektion, das habe ich auch einmal aufgefasst in einem extra Video, wenn ihr euch dafür interessiert, wie diese Funktion funktioniert und auf was man da achten muss. Und welche Funktionen diese Funktion, Unterfunktionen diese Funktion eigentlich alles hat. So. Dann schnappen wir uns hier nochmal eine Linie. Dann passt das. Über T trimmen wir den Rest. Und jetzt brauchen wir noch eine Achse, um das wir alles drehen. Dafür lasst uns mal L drücken. Wir fahren gerade mit der Maus, dass uns die gestrichelte Linie anzeigt. Und dann auch wieder zurück. Damit liegt das direkt im Punkt. Jetzt sagen wir Skizze fertigstellen. Und über die Drehfunktion hat er uns automatisch schon die Fläche ausgewählt. Wir geben ihm noch die Achse vor und sagen OK. Jetzt hatte ich ja gesagt, mit der Schalenfunktion können wir Flächen übernehmen. Das Ziel bei dieser Übung ist jetzt, die Fläche von hier innen auf hier außen zu bringen mit einer gewissen Dicke. Dafür wählen wir uns die Schalenfunktion aus. Wählen uns die ganzen Flächen außen rum aus. Das machen wir, indem wir Command oder Shift gedrückt halten. Dadurch können wir mehrere Flächen auf einmal auswählen. So, dann brauchen wir noch diese Fläche hier und diese hier. Wenn wir jetzt das Ganze mit 5 mm angeben und sagen wir jetzt mal OK. Sehen wir, dass er uns das Ganze in eine Dicke von 5 mm gemacht hat. Und er hat die innere Kontur auf die äußere Kontur übertragen. Ist auch ganz schick eigentlich. Gerade für Schalenfunktionen. Etwas, was ich lange Zeit nicht kannte. Und auch sehr begeistert war, als ich das dann herausgefunden hatte. Wie das eigentlich einfach man sozusagen. eine Form von was anderem nehmen kann und da draufsetzen kann. Genau. Ihr kennt auch bestimmt diese Schrittfolge, die wir hier gerade gemacht haben. Aus diesem, ja, Hexagon. Dieses isometrische. Aber hier ist ein isometrischer Stumpf. Wie habt ihr den genannt gehabt? Den, äh. Den Ikusaederstumpf. Genau. So erstellt man ja auch zum Beispiel einen Fußball, wenn man sowas zeichnen würde. Aber wenn ihr das gerne mal sehen wollt, wie man einen Fußball erstellt, könnt ihr einfach mal unten einen Kommi reinlassen und sagen, ja Lars, will Fußball sehen? Mach mal das. Genau. Jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Sache, was man noch alles mit Schalen machen kann. Wir haben ja gesehen, wenn wir eine Schale erstellen, gerade bei diesem Körper, nimmt er immer die komplette Fläche, die wir ausgewählt haben. Aber vielleicht wollen wir das gar nicht haben. Vielleicht wollen wir einfach nur haben, dass es nur ein Punkt von oben sichtbar ist, wo es dann reingeht. Also das heißt, wir erstellen jetzt einfach nochmal, just for fun, hier einen Quader. Hier auf die Fläche hier und spannen wir jetzt einfach mal hier auf so. Und den schieben wir jetzt mal hier hoch. Kleiner hier. Und dann setzen wir jetzt einfach mal eine Skizze drauf. Und auf diese Skizze machen wir mal einen Zylinder. Den Zylinder schneiden wir jetzt vom Quader aus. Also sagen wir mal zwei Millimeter nach innen. Okay. Soweit erstmal kein Hexenwerk, ne? Kennt jeder. Sollte eigentlich mittlerweile bekannt sein, wie das funktioniert. Und wenn wir jetzt auf Schale gehen und den inneren Kreis auswählen, um 5 Millimeter zum Beispiel sagen, sehen wir, dass er in der Schale, also nach unten weg sozusagen, den ganzen Körper ausgewählt hat. Über den Eingang, den wir gemacht haben, mit dem Kreis. Ja. Und das ist halt viel besser, als wenn man zum Beispiel sagen würde, lass uns mal das nochmal löschen. Und man sagt jetzt einfach wieder eine Schale und wähle, ja, Schale will einen flachen Körper haben und sagen wir, das hier mit 5 Millimeter, dann würde er das Ganze wieder öffnen. Jetzt könnten wir zum Beispiel Command drücken und beide Sachen geöffnet lassen. Und dann sehen wir, dass er hier oben diese Schalenfunktion umsetzt, genauso wie er von der Seite das Ganze umsetzt. Ja. Das war es eigentlich heute schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was Neues mitgenommen, gerade im Thema Schale. Dass es eigentlich nicht nur dafür da ist, um Körper auszuhöhlen. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst einen Kommentar, lasst ein Like da. Und schreibt mal einfach gerne rein, was ihr gerne sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.